Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer heißt die Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm. Was ist das? Ich bin ein bisschen suspense im Jaumen. Die handcufft mich sehr gut. Wie war es? es ist gut. Ich dachte ich habe gar nicht mehr so, ich hoffe ich war es nicht mehr so, ich weiß nicht mehr so wie ihr damit werdetst. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018